Im Blitz auslösen. Nein. So. So. Hab ihn. Ja, brenn mal weiter. Das ist ein bisschen Übung, was ich da gerade gemacht habe, ne? Oder ein bisschen verstörend. Ich habe mir jetzt kein Papierpfleger in die Gesicht. Das war fair. Warte, wir machen das. Warum? Gut. Weil ich kann sowas nämlich nicht. Lauf weiter. Oh, jetzt klappt das an meiner Tür. Er ist eine schlechte Situation. Muss ich ja die Reden zur Zeit reden. Toll, jetzt muss ich reden. Ja, okay. Dann geht es hier weiter. Doka regelt. Mist. Kannst du mir kurz helfen? Wir sind wieder am Anfang, ne? Ach so, ups, ups, ups. Da musst du walljumpen. Aber wir haben das gerade nicht gemacht, hä? Weil wir dann da auch gerade eben nicht durchkamen. Hä? Da war doch alles frei gerade. Nein. Los geht's. Du hast mich in die falsche Richtung geworfen. Ja, geil. Du bist gut. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade viel konzentrierter und besser dran. Nein, nein, nein. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Dann kommen wir nur mit einem Holzknäuze dran, oder was, ne? Oder auch nicht, habe ich, habe ich gesagt, ja gut, das habe ich. Sieht man halt, der Skill. Da ist was, ne? Ne, doch nicht. Ne, aber da oben ist was. Da ist dein Part. Da oben ist dein Part. Nein, das ist jetzt nicht deren Ernst. Das Teil muss da oben hoch. Alter, was soll das? So, warte. Perfektionist. Ja, warte, warte, warte. Ich muss das. Und so gibt es das unten. Nein, du musst das unten weg. Ja, du hättest das unten weg. Ja, ich mache es selber hier. Ja. So. Du musst da durch. Du musst mit dem Viech hier rüber. Wir haben mich, glaube ich, bisschen gebaut. So. So. Zip. Genau, wie du rutschtest denn? Wir sind hier auf so einem Eisding. Ja, aber es rutscht doch nicht oben hin hoch. So, erstmal richtig machen, Jan. Erstmal richtig machen die, so. Weil wir müssen immer noch einen dritten Parade haben. Ist der Safe hoch? Nochmal einen hoch. Und jetzt nehmen wir einen dritten mit. Oder den letzten. Nicht... Warte, warte. Gut. Lass mich da hochpacken. Lass mich da hochpacken. Nein. Ich hätte mich... Wir hätten es so einfach haben können. Wir hätten es so einfach haben können. Ja. Kashi, du hättest mich nur hochspringen müssen. Ich werde hochgesprungen. So. Wir haben alles. Nein, pass auf. Wir hätten nicht hier durchkommen, weil hier eins war und da noch eins war. Nein, ich meinte doch auf der anderen Seite. Ach so. Ja, wir hätten... Wir müssen halt beide Seiten machen müssen. Rechtzeitig. Das ist mir nicht geschafft, weil wir immer gegenseitig Hilfe brauchen. Gut. Wir haben erst 20 Uhr. Alter, ich habe gedacht, wir haben jetzt schon 22. So. Let me in. Let me out. Was versuchst du da? Hoch. Hä? Ja, du musst mich rüberschlagen. Du musst das nur ausmachen. Warte mal, Jan. Ach so, ich habe es verstanden. Ja. Das ist fast geschafft. Mach mal wieder aus. Das ist wie ein Katapult. Mit an. Willst du auch? Mein lieber Freund. Nein! Zieh mich doch hoch! Ja, wenn ich keinen Ansprung noch von oben, das ist scheiße. Mach mal. Hallo! Wieso springt deine doppelt? Ich musste. Ja, das ist ja assig. Mach einfach. Mach einfach. Bring weg. Ich hätte dich hochgezogen. Bring weg. Wenn du das richtig machen würdest. Mach es doch richtig. Dann geh mal. Stell dich mal nach da hinten. Ja, das ist das jetzt fair. Spring drauf. Spring drauf. Du musst von unten. Ja. Dann bist du im Weg. Nee, ich hätte dich hochgezogen. Ich bin so schlecht, ne? Ja. Ja. Ja, das ist assig. Siehst du das nicht? Nee. Du sprichst. Ja. Ja. Ja, das Ding ist, wie wollen wir da weiter? Ja, das Ding ist so, du musst hier stehen bleiben. Sorry. Geh mal weg runter davon. So. Und ich bringe ihn drauf. So. Ja. Genau. Thanks. Kay. Bye. Ich bin nicht so. Deaktivier's. What? Oh, das ist kein Egon hier. So. Runter. Runter. Man, das passiert dir immer wieder. Ja, der hat aktiviert. Geh doch runter. Man. Das war mit Absicht. Oh. Genau. Spiel. Keiner. das ist eine andere was ist mit oben geht durch jetzt dass du jetzt da oben rauskommt ja genau spiel aber ich glaube der erzählt hat schon fast die geschichte erzählt also müssen wir fast beim Ende sein möchte so sein da war der Park hast du gesehen ich habe gemerkt ich konnte auf dem Viech draufstehen so, schief ja, warte, 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 warte so, jetzt was? du musst am Ende RT drücken nochmal loslassen so geht doch endlich das war aber ein leichter Dings so war unten wirklich nichts mehr? da war nix mehr das war wirklich nix mehr so das ist ja Pille Palle, was wir jetzt hier machen muss ich jetzt ernsthaft mal sagen Pille Palle und oben ist ein Jam ja jetzt weißt du, ich mach mir die Mühe ah ich mach mir die Mühe und versuch daran den den der Granatiger hat sein auch zu weichen und dann geht einfach durch ah ich sterbe auch ah der P4B ich charge das Talon und dring zack hat den Diamond fick die Henne hey warte warte sie wollte jetzt eigentlich ohne aber das ist nicht gut du hast auch schon Probleme da hoch zu kommen du konntest doch von unten erreichen er ist Roboter er hat sich von unten erreicht fängst du immer zu weit weg oder? tschüss 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 hey das warum kommst du mir nicht nach? versteh ich nicht bleib am leben bleib am leben bleib am leben bleib am leben warum ist was das sag ich dir jetzt schon ja aaaaaah diese Spiel die Roboter machst du mit der eigenen Waffe kaputt aber willst du nur da oben wegbekommen ich hatte die aktiviert sagt man da oben ist ja nichts mehr weil kann ich das verkaufen kannst du mir das bitte mal erklären dein part punk party das muss auch mit springen du musst auch mit springen spaß auch mal ist point langsam nach links bewegen was junges ich wollte es mir erleichtern hat er nicht einen professionellen kill ne ich weiß nicht mehr hoch Das muss das so machen mein gott aber ich sterben du kommst du gleich benutzt hättest es auch hingekriegt ja spiel mobb uns nicht hä hä ich war noch am rand dran hä er spiel mobb uns ja so reizt mir aber hier komm komm in den zweiten das ist super meatballin für arme jetzt wieso reagiert die show ab und an so präzise oder behindert den mann muss in der mitte das ist wie family bird ganz unten einmal springen nochmal dann bist du drüben sag ich mal jetzt jetzt so ich höre dich nicht dein mikro war scheitvoll so wenn ich wieder nicht das ist toll das ist wie flippie bird ich will auch mal flippie bird spiel die flippie bird ey du hast schon zwei säulen geschafft man du bist Hipster komm nein dummes spiel dummes spiel ist dumm ja nein das geht automatisch ich war da drin so ja du spiel flappy weißt du was ich verstehe so ich glaube den paar du willst du auch flappy bird nennen ne also ich krieg den leiten dem das ist noch einfacher aber dann kommt die flippie bird scheiße wieder ey okay so ganz ruhig dann jawoll nein ich wollte mich jetzt ärgern hier wie soll ich denn hier rüber kommen haben die auch mal da dran gedacht ganz einfach ganz einfach ganz einfach geh doch weiter dann nein du musst rauf du kannst über das erste rüber sprechen ja kann ich ja springen wir doch mal rüber du soll ich geh doch einmal den checkpoint aktivieren nö 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 ja wie jetzt dann hat kein bock mehr ähm das ist ein hai ne pass auf du musst das darfst du ff ff haha da ff das das wollte ich jetzt grad wirklich nicht gg 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 Warte ich mach mal eben ein Selfie gg 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 Ich geh mal kurz weg mit meinem Handy, ich guck mal auf das Handy. Er macht ein Selfie mit neiner Aufnahme, das hab ich noch nie. Wo hast du das veröffentlicht? Ich hab gerade Black Stories gebissen, gar nicht. Ich hab mir He-Tech gehört an, das ist dumm. Egal. Nach Aufnahme! Nach Aufnahme! Ne auf, passt. Nach Aufnahme! Was hab ich dir jetzt gemacht? Gar nichts. Gut. Ich hab dich weggeschaut. Okay. Den Horror nochmal, ne? Ach Gott, Spiel, help me, please. Spiel hasst mich. Help me please, Conmore Time. Wieso stirbst du eigentlich da oben? Ja, Hauptsache, Hauptsache. Stirb! Stirb doch einfach! Ja, okay. Ja, komm, leck mich um. Ich hab's aktiviert und du bist da oben. Schlapp! Oder holst du's? Ja, geht, holst du's. So, jetzt kommt Flappy Bird, dingste. Ja, next time, darf ich wieder machen? Ja. Flappy Boy, äh, Flappy Boy, äh, Flappy. Boyd. Ja, es gibt diesen scheiß Dings, dass du da spielen kannst. First Time Ruler, First Time Ruler. So, jetzt machen wir das gleiche nochmal. Death One. Death Two. Wenn ich jetzt noch ein Selfie mache, wo ich mir einen Noob auf die Stirn schreibe, oder was? Der Kopf flucht mir, oh Junge, du bist. So wirst du auf mich kriegen. Guck. Ja, ich war an dem Stein, ne, was ich nur gesagt habe. Kackt mich aus, meine Freundin.